Intro Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Catherine In der letzten Folge haben wir die dritte Etage des Imperiums geschafft Und ich will da runter, aber ich kann nicht, ich will eigentlich aber auch nicht runter, ich will zum Beißstuhl, ja! So, nochmal mit dem Typ hier hinter den Gitter reden, mit Asteroth Na, dann hocken wir uns doch mal hin, yay! Und ich entschuldige mich, wenn ich ein bisschen rau klinge Ich glaube, ich brüte etwas aus Ich hoffe es natürlich nicht, aber... Uuuhh There is no correct answer to this trial So I'm going to ask a question of you, who has made it this far I'm going to ask you one more time This is the third question to freedom Ja? Do you wish for the excitement of chaos? Schöne sie sich die Aufhebung des Chaos? Nö Ja, lass uns hier verschwinden Yay! Wir halten die Ergebnisse Andere Spiele haben geantwortet Wünschen sie sich die Aufhebung des Chaos? Viele antworten mir nein Gut so, weiter Ich glaube, das Ding hat sogar sechs Etagen Meines Wissens, aber ich kann mich nicht mehr erinnern Na, dann gehen wir unser Bestes Na, dann hoch mit uns Psycho-Schafe, ach du Scheiße Verpiss dich Hau ab von mir Oh Scheiße, Hütter Hau es ab Nose Das war schlecht Nein, ich will noch nicht sterben Oh Scheiße Das hat Beruf Äh, er pisst dich Er Also Die Er 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 So. 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 Hauf ab. Haha. Und tschüss. Checkpoint. Oh. Ich will nicht erkältet werden. Erkältung. Sackt. So. So. Das war schlecht. So. Woah. Neuer Versuch. Vom Kontrollpunkt bitte. Ich werde so fehlen. Ich habe Angst. Woh. 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 Geschafft. Ja. Buch. Das Buch wird mir noch nützlich sein. Hey. Das war zu. Woah. 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 Geschafft. So. 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 wegbricht, das ist ja... Voll die Verarsche! Verpiss dich von mir! Los! Scheiße! Warum sterbe ich immer? Ich finde es schlecht! Ich weiß! Ich scheine für dieses Level nicht gemacht zu sein! So, weiter geht's! Und weg, 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 weg! Da fällt mir gerade an, ich habe doch das Buch genommen! Warum benutze ich es nicht? Gerne Woe boi? Woe er? Woe? Woe? Woe er? Woe er? Woe? Mit dir gebe ich mich nur mal ab. Geld, das ich haben will. Äh... Genau, dich habe ich gesucht. Und weg, weg, weg! Ich möchte... Ich möchte dieses Continue haben. Danke! So, bleh! Fallenblock auf Doom. Checkpoint. Sehr schön. Jetzt geht's aber... Wo geht's Zucki hier? Aber ich will's auf Scha... Oh, 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 oh! Noch so'n Schaub auf Doom. Hau bloß ab von mir. Keiner will dich. Niemand mag dich. Ja. Hau ab! Haha. Tschüss. Oh! Hau ab, du! Edge, ich do. Wie ich sagte, niemand will dich haben... Out of this? Edge! 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 Wow! Hier hat... Wie hieß es neulich so schön... Trauern niemand einer Pflanze, denn es könnte ein Busch sein. Äh, mach ich das jetzt satt? Ah ja, das ist eigentlich ganz einfach. Und warum so viele Bombenblöcke? Bombenblöcke sind doch Scheiße. Und Tschüss. Ich möchte dieses Buch haben, auch wenn ich dafür mein Leben riskiere. Buch ist toll. What? Wollt ihr mich verarschen? Nichts da. Mit euch zwei gebe ich mich nicht ab. Oh, jetzt kommen nur Zufallsblöcke, wie ich sehe. Ah, da, 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 da. Geh weg. Whoa, whoa, whoa. Holy fuck. Oh mein, oh mein Gott. Ich hab Angst. Whoa. Ja, bei den Zufallsblöcken die Wiese. Schnell weg. Whoa, 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 whoa. Geld, Geld, Geld. Für Geld sammeln. Oh, wie gehe ich jetzt Geld zugeschüßtet? Quick. So. So. Geld. 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 Und ziel. Und runter damit. Und ciao, Bella. Ich bin in common. Hooray. Oh, ja. Oh, ja. Gott, das war eine der schlimmsten Stages ever. Shit. Oh. Wow. Ich bin in common. Ich bin in common. Du hast so viel Wille, um zu überleben. Very well. Just as I said, I, Thomas Mutton, shall be your opponent. Next time we meet, your life will be over in no time. Hahaha. Mag sein Thomas Mutton, aber wir werden nicht aufhalten. Aber erstmal bekanntes Spiel, ich speichere. Ich mach diesen Scheiß nicht nochmal. Könnt ihr löschen. Und wir werden uns in der nächsten Folge Thomas Matten stellen. Werden wir es schaffen, mit Catherine zu uns zurückkommen. All diese Antworten auf diese Fragen seht ihr vielleicht im nächsten Paar zu Let's Play Catherine. Ich bin Mahagon LP. especially wenn man so Paniff in ch ambi. Die Antworten an sie mit Anf occidently.